Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Part. Let's play World of Final Fantasy. Ich bin das heute im Zimmerfix. Beim letzten Mal sind wir hier wieder in dem wunderschönen Zimmer des mysteriösen Mädchens gewesen. Namenlosen Mädchen. Ich sage immer Mysteriösen. Wir müssen mal hier ein paar Punkte reinhauen. So, ausweichen. So, Angriff. Das passt doch so. Und komm, haben wir hier noch ein freies Felsamen rein. Genau. Ja, beim letzten Mal haben wir einige nette Aufgaben gemacht. Wir haben zum Beispiel der Quatschokönigin geholfen. Die einen erbitterten Kampf gegen einen Kraken hatte. Und natürlich gegen die Werte Schantortermann. Eine der coolsten Quests, die wir überhaupt jemals gemacht haben. Und dann haben wir hier noch... Oh, Fendel, du hast ja Punkte. Drei Stück. Flamme können wir da machen. Wie Feuer und Flamme. Und dann haben wir noch hier unter anderem eine Quiz gemacht, wo dann hier Edgar mal wieder den schönsten Schatz der Welt gerettet hat. Nämlich die Frauen. Typisch Edgar. So, hier gibt es so viele coole Miragen. Ich wette, er kann sich in Ramo entwickeln, Mann. Bin mir ganz sicher. Aber ich kann mich nirgendwo entwickeln, Mann. Das ärgert mich sehr, sehr. Silve kann ich mich hier nicht entwickeln. Friveli kann ich mich auch nicht entwickeln. So, wir müssen schauen, ob er beim nächsten... Wenn er Level 66 ist, ob er da mal einen Punkt dazu bekommt. So, gut. Machen wir das. Und jetzt machen wir hier weiter mit den Quests, Mann. Wir haben noch sieben Quests, Mann. Dann haben wir alle Quests gemacht. Dann müssen wir schauen, wo wir die... Dann müssen wir uns die Gerüchte mal anhören, die jetzt wieder hier die gute... Ähm... Äh... Scher... Ähm... Scherlina? Ich hab grad ihren Namen vergessen. Ähm... Ihr wisst, wie ich mein. Hat und dann müssen wir schauen, ob wir vielleicht noch welche von den Plägerinnen hier fangen können. Fünf fehlen uns ja immer noch. Fünf... Between the Cogna and Mirages, I could really use a break. Can't wait till this is over. And I can get back to Blitzball training. I've got my own business to attend to. As long as he's still out there. As for me, I know that once Bahamut is dealt with and the Cogna are gone, I've always dreamed of becoming an instructor. Squall, you okay there, buddy? Don't think I've ever seen you like this. You look kind of troubled. So you... You've all given some thought to what happens next. You've got aspirations. And you all know where you're going. But not... Me. Nothing? Come on. You must have put something on hold for this. What were you gonna do with your life? I mean, once all the bad guys are gone for good, what's the first thing you want to do? Like, there can't be nothing. You want to know what I'm planning to do with my life? I never thought about it. I guess I have no future. Hey, there's nothing wrong with being undemanding. Is Tidus right? No. It's worse than that. It's like I'm empty. I've got no dreams. I don't think I even know how to dream. All I really know is fighting. Is that what my life is? Once the Federation has been destroyed, will I no longer have a purpose? Squall! We've picked up a powerful mirage. Shulk is already en route. Can you go? Sure. I'll take care of it. Besides, it's not like I've got anything else important on the horizon. I'm here now. I'll take over. Hold on a minute. Let's team up. It'll improve our chances. If we attack both of these... Just stay back. I said I've got it. Would you let me finish this time? If we were to get... Just stop. Fighting. It's the only thing I've got. I'm not like the rest of you. You've got bright futures. I won't let you get hurt. Leave that to losers like me. Then put your fears to rest. I'm like you. I have nothing to live for beyond this. I am ready to die in battle, whenever that moment should come. What? But... Still... Please. You just said that fighting is all you've got. If so, you must know exactly how I feel. I have no dreams. As such, I've no incentive to survive this war. In fact, I have a very compelling incentive to not survive. So why don't we do this? Let's go out guns blazing, end it all here and now. Discharging all our magic at once would destroy that mirage. Yeah. Right. If I really thought that the world would be better off without me. If I'm that sad, that desperate. Fine. But I don't think that. Not enough to give up on living. No way. No guns blazing. I do have a dream. Sorry. No dying today. You know what I dream? That one day, I'll fill the world with flowers. Huh? Think about it. Flowers make people relax. The way I see it, they help make the world more peaceful. When this is over, I was hoping you would come and plant with me. So, don't go dying on me now. If you don't have your own dream, you can find one later. All right? Life is just too precious. Glad you're catching on. Now quit your moping. Stop dragging yourself in the dirt and work with me. Shalk, Did you play me? Well, after your talk with Tidus, I noticed you seemed somewhat down. Hmph. You got me. Won't do it again. So, you ready? Future's waiting. It's a nice thought. Maybe we can help him plant those flowers. We could scatter the seeds from Balaam Garden. We could. I have to try it again. Hold all the status of one of the group members. Okay. Yeah. Okay. Very good, man. You, next to Kazmi, I got a bit of a secret. you must have been so early on here. Bam. Okay. Wie gesagt, so typischer Feilfett die Emo-Held aus der PS1-Zeit natürlich. Oh, ich habe keinen Grund zu leben. Wieso kämpfen wir einfach? Oh, diese Welt wäre viel schöner mit Blumen. Also, ich finde es ja eigentlich ganz schön, aber es ist halt so typisch PS1-Messie, wo alle Charaktere immer so drauf waren. Natürlich resistent gegen alles, man. So kürzlich das, man. Ähm. Da machen wir das halt auf die Altmethod. Alte Methode. Cura. Nö. Egal, wir besiegen den vor den 30 Sekunden, man. So, komm. Genau. Greifen wir. Oh, obwohl wir besiegen den nicht, man. Alter Falter. Du Drecks-Gegner, man. Du Drecks-hässlicher Gegner, man. Ähm, Gegenstände. Muss ich jetzt noch mal da rein, muss ich benutzen, weil du eigentlich so ein Scheiß-Gegner bist, man. Äh. Wenn du jetzt das noch mal machst. Alter. Ich kriege einen Schlag auf einmal. Ernsthaft. So. Ich bin jetzt wurscht, man. So. Stapeln. Einmal noch schön beide angreifen. So, und dann war es das. Du Drecks-Gegner, man. Zweimal Allheilmittel bloß ausgegeben, man. Nur weil du so ein Drecks-Gegner gemusst. Und es lebt darauf. Ich mach doch wieder Todes-Hurter, oder? Nein. Du bist ein Drecks-Gegner, man. Du bist ein richtiger Drecks-Gegner gewesen, man. Und dann ein Superdrank. Super toll. Du weißt, es kann eigentlich nicht so eine schlechte Idee sein. Hm? Füllen die Welt mit Blumen, wenn das alles vorbei ist. Klicke es aus. Es war das einzige, was ich mitbekommen konnte. Hm. Was sagst du, dass wir zurückkommen? Alle warten. Trotzdem ein schöner Traum, man. Und es ärger mich, dass ich zweimal hier meine Allheilmittel plus rausgekommen habe, man. So ein scheiß Gegner, man. Hat der Klangwald oder hat der Klangwald, man? So, okay. Wie auch immer. Keine Gegner, die uns mehr umbringen. Und dann schauen wir mal, was uns hier bei der nächsten Quest erwartet. Sechs sollten es noch sein, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Pfeifen will gelern sein. Oh. Pfeifen will gelern sein. Ja, Yuna und Tidus. Ach. Das ist doch... Ich sehe schon, dass da... Was da kommt? Das ist die Gebissmark. Pfeifen will gelern sein. Das ist doch jetzt eine Anspielung auf dieses Lachen will gelern sein. Wo sie... Wo Yuna und Tidus und Pfeifen sind so ganz schlecht lachen. Ha, ha, ha. Don't worry, Yuna. Du wirst du alles gut sein, so lange ich hier bin. Das Mirage. Das ist Bismarck, oder? Ich kann ihn nehmen. Uh, danke. But we're here to fight him together. You don't have to take him alone. You got it. So, Zimmy, or do we have something here? Like, we're... Soulmates, wouldn't you say? Ah, this is no time for silly jokes. We need to focus on the battle that lies before us. Ha, ha, ha. Okay, you're right. I'm sorry. I just want to help us relax. Loosen up for the big fight. Right. Let's roll out. From what Quistus was telling us, Bismarck should still be somewhere in this area. So, hey, if I remember right, don't they call Bismarck the Shining Demon? Seems kind of weird. Shining doesn't sound threatening. Like, between Shining Yuna and Shady Yuna? Shady Yuna sounds bad. But Shining Yuna sounds cool. Tidus, let's save the analysis for later. Right now, we need a plan in case things go wrong. Say, we failed to defeat Bismarck. Valifor and I will create a diversion so that you can- Hey, hold up. What, say, we maybe think some happier thoughts? There's nothing wrong with being prepared for the worst. But I promise you, on my honor as a summoner, I will keep you safe. Come on now, Yuna. I'm glad you're looking out for me. I am. But can't you at least let me pretend like I'm helping? See, there's this thing about guys. Huh? What thing about guys? Actually, I think I just assume not know. A good summoner has to know people to help people. Right? Guys are like half the population. You don't want to be 50% summoner, do you? Well, that's fair. So if I understand you correctly, then learning about men is an education. That's right. I don't want to scare you with all our deep and complicated emotions. So, let me just give you the broader points. Number one. We like to flirt. Oh, I knew that you weren't taking this seriously. But you were taking it so seriously that I couldn't help it. Okay, I'll admit, you did get me to relax. There. That's more like it. If you don't enjoy yourself, then what's the point of going on a quest? Oh, hey, check this out. You ever whistle? That's wonderful. A sound that clear could cut through anything. Wait, that's perfect. Huh? If we ever get separated, you can just whistle to signal for help. Okay? And then I'll come running. Huh. You know, you seem real set on coming to somebody's rescue before this day is over. So, now you whistle. Okay. That's okay. I won't need it. I never ask others for help. Why not? So, you're a summoner. So what? There's no shame in asking for help when you need it. Tidus, you've already been there for me once when it mattered the most. Then let me be there again. It's not like anyone's keeping score. Why is it that you're so... Up. We got company. Dude, it brought its own water? I suppose. That's just how this mirage roll. Make sure you have the dog's medicine at the ready. Just in case we get sucked in. Okay? Okie dokie. Diese schöne Pfeif-Szene, stimmt, die gab es ja auch in Final Fantasy 10. Wow, Leute. Bismarck. Da, wo sie, wo sie, wo Juna und Tidus immer so versucht haben zu pfeifen und das Juna immer nie hinbekommen hat. Ah, ja, ja, ja. Erinnere mich auch noch. Das ist natürlich wieder geil, Mann. Natürlich, dass wir einen Feuercharakter immer in einen Wasserkampf nehmen. Das ist immer sehr gut organisiert. Aber das ist mir wurscht. Ich spam da einfach Blitz rein und dann war es das schon gleich. Ja, ok, das war es doch nicht gleich, Mann. Alter, der hat viel zu viel Leben, Mann. Wie sieht es aus? Lichtattacken? Ok, Winterattacken. Das ist wirklich nur Elektro, Mann. Das hört sich jetzt nicht so schlimm an, aber das Problem ist, meine AP gehen hier doch relativ schnell dann zu neigen, wenn ich das immer raushaue. So, ok. Wie sieht es so aus mit Statusveränderungen? Ja, jetzt, jetzt. Nach 20.000 Spielstunden kommt der Max endlich mal auf die Gedanken, dass er schön seine Status-Effekte hier benutzen kann, um die Gegner fertig zu machen. Und natürlich, jetzt ist sich der Gegner immun, Mann. Aber wirklich jeder. So, Ausbrichkontakt, genau. Warum zuckt der immer so weg, wenn er ihn angreift, Mann? Das sieht merkwürdig aus, so. Äh, Blitzer. Jetzt kommen wir nochmal Blitzer aus, Benjamin. Ich sehe schon wieder dran. Alter, das ist Hass, Mann. Das ist so geil, Mann. So, machen wir das nochmal auf Land. Und mit dem kann ich ja nochmal Blitzer raus an. So, die Musik, die auch im Hintergrund kommt. Sehr geil, Mann. So, zack, zack, zack. So, Blitzer. Ich glaube, und wisst ihr, das wäre so geil, Mann. Ich glaube, das ist die Entwicklungsstufe von hier unserem Megadalo, Mann. Ich glaube, das ist die Entwicklung von Free Willy, Mann. Das wäre ja so geil, Mann. So, schön. Oh, ich hatte ja schon. Ich hätte ja schon machen können. So, Blitzer. Gut, und nochmal Blitzer. Der ist auch verdammt schnell, gell? Seht ihr das? Das ist nicht gut, Mann. Okay, aber langsam geht auch der große Nick niemand. Ja, solange er keine, ähm, Attacken einsetzt, die jetzt, die jetzt, äh, wasserbezogen sind, ist das ja alles kein Problem. So, solange kriegen wir das ja schön hin. So, hast du auf Rains, aber Rains, TP, die gehen jetzt nicht schneller. Habe ich zumindest das Gefühl. Ja, nochmal Blitzer, ey. Ah, okay. So, Blitzer, und bam, das kann's gewesen sein. Nicht? Dann dir jetzt. Geht da, Mann. Vakuum, ja, ja, kannst du recht machen. Das stört mir auch nochmal. Komm. Und der große Wahl geht dir nicht nie, Mann. Wow, wow, wow. Großer Gegner, Mann. Bismarck besiegt. Und vielleicht ist das ja echt die Entwicklung von Free Willy, Mann. Das wäre so geil, Mann. Ah, looks like we did it, right? Hello? Tidus? Huh? Where did he go? Hey, Tidus! Tidus! No, no. He was right here. Wait, if I whistle for him, maybe he'll come back like nothing happened. I can't. I just can't do it. Tidus. Ow, 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 ow. That last shot there, I'll tell you, it really packed a punch. Yuna! You alright? Hey! Silly. Of course I'm alright. Don't scare me like that. Heh. Sorry about that. So, you wanna head back? Uh, sure, let's go. Eine schöne Quest, Mann. Und auch wieder kam diese wunder, 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 wunderbare Musik im Hintergrund. Das war wieder hier dieses, äh, so Art vom Remix, könnte man sagen, hier von Suteki Dane hier. Diesem wunderschönen Stück aus Final Fantasy X. Ach, das ist so art im Raum, schön, Mann, dieses Soundtrack-Stück, Mann. Was ich als sehr scharf finde, dass es hier nicht Tuzan erkennt, noch irgendwie gibt. So, fünf Quests noch, so. Verfolge den silberhartigen Schwerkämpfer. Oh, Leute. Cloud und Lightning, das ist mal ein Duo, Mann. Ich wette, jetzt werden wir mal Odin oder so bekämpfen, Mann. Bin mir fast sicher. Oder Sephiroth. There have just been new sightings of an extremely powerful Mirage. I need for the two of you to take care of it. Terra is already stationed close by. Once she's freed up, I'll tell her to rendezvous with you and help out. Got it. But there won't be anything left to help with. One of us is gonna take that Mirage down first. Wanna make it a race? Cloud? Hmph. Not interested. There's a village. Why don't we ask around about the Mirage? Maybe they've seen it. Hey. Question for you. Have you seen an unusual Mirage in the area? Oh, you'd better believe that I've seen it. I've never been so scared in my life. When it came here and attacked the village, I was just about ready to give up all hope. But that's strange. I don't see a whole lot of damage. Where did the Mirage go? You'll never believe it. This silver-haired swordsman came and drove it off. The way he wielded that long blade of his, it was a sight to behold. Did you say silver hair? Hey, tell me where he went. Cloud. We're here to look for a Mirage, not a swordsman. Don't get sidetracked. I'm pretty sure that the Mirage retreated to the mountains. The swordsman went the opposite way. Got it. Thanks a lot. Cloud. Sorry. But I'm going after that guy. Take care of the Mirage. What? Hey, you can't just leave. Cloud! Cloud! I didn't expect to find you here. Terra? Oh, yeah. Quistis mentioned that you were close by. Listen. Something else came up. You should go track down Lightning in case she needs your help. Something came up? He left Lightning to face that Mirage all by herself? What could possibly be so important? Look, there's this guy. I've been hunting him for a while. Now I'm finally right on his heels. I'm not going to let this chance slip away. Hunting him? Cloud, you're scaring me. Why are you after this person? Did he do something to you? He took someone away from me. Forever. So when you find him, what are you going to do? Will killing him bring back the woman that you lost? This isn't any way to honor her memory. To take your love for her and turn it into hate? Especially when it makes you abandon your friends. You have to decide. What's more important? Is it anger and revenge? All right, then. One of us will stick by Lightning. I know what I care about. Her safety. I didn't. Lightning! You okay? Yeah, thanks. This one's a real handful. I bumped into Cloud on my way over. But he said he was busy hunting someone. It's okay. Just forget about him. Hey! Look out! Cloud! You came back! Weren't you out looking for that silver-haired swordsman? I remembered I had something more important to do. Terra. I'm sorry. I get it now. I almost sacrificed others I care about. Never again. No. I won't lose anyone else I cherish. I swear. I swear. Oh yeah? So can I take that as official confirmation that you cherish us now? Yeah. There's not a thing I don't cherish. Who's this silver-haired guy Cloud's after? From the sound of it, he passes in and out of this world without belonging to it. Maybe he's an anti-champion. An ant champion? No. He'd step on the ants and humans alike. Just to see the world sink a little further into chaos. There are people like that out there? Maybe you'll bump into him one day in some DL... Oops. Forget I said that. At any rate, he doesn't seem to be in this world now. So I wouldn't worry about him if I were you. Verdammt, lustig, man. Ah, silver-haired, man. Ich hab da nur lange Schwert erstmal gelesen. Da dachte ich natürlich erstmal, es wäre jetzt hier Odin. Aber natürlich reden wir hier von Sifiroth. Äh... Du meinst, das ist meine Eisenmuskel. Vermindere die Abwehr. Ich glaub, den haben wir sogar schon. Ähm... Vermindere ihre Abwehr. Okay, äh... Kann ich das? Ich glaube nämlich nicht. Dann müssen wir uns auf die Altmusik antragen. Oh, 20.000, man. Das wird ein Scheißfalt, man. Das wird ein echt Scheißfalt, man. Weil der Trick ist... Also eigentlich ist es hier so gedacht wahrscheinlich, dass ich den hier fangen soll, aber... Ich weiß auch nicht, wie. Ich weiß ja nicht, wie. Gegner, die schon wieder immun gegen alles sind, man. Das ist immer sehr geil, man. Äh, ja, okay. Da müssen wir das halt auf die Altmusik antragen, man. Weh, du machst Magie-Kontor. So, ähm... Courage. Flam. So, das kombiniert natürlich mit einer schönen Hast. Auch auf Flam. Und dann spammen wir jetzt einfach mit Lann hier erstmal Attacken raus. Bam! Bam! Da hier ein bisschen nochmal. Und dann hier... Bam! Genau so. Ohne Pause einfach. So. So, jetzt nochmal Vollpunkte. Dann machen wir kurz mal hier Courage auf Rain. Damit ihr auch ein bisschen mehr Schaden hier macht. Und dann hauen wir einfach drauf, man. Geht schon. Alles super. So, dann nochmal auch Hast auf Rain. Und dann kriegen wir das locker hin. Nicht allzu schwer, aber... Trotzdem bin ich nervig. Ja, aber trotzdem eine sehr coole Quest war an hier. Äh... Aber ich war zu gut, war sehr viel dieses Axel. Äh, vielleicht werden wir ihn irgendwann mal treffen in einem D... Äh... Oh, vergiss, was ich gesagt habe. Uh, Privilegarten-Levelup. Müssen wir gleich mal schauen. Aber, jetzt schauen wir erstmal, wie hier das Abenteuer von unseren drei Freunden hier ausgeht. So, let's go. So, you can practice your cherishing on the way home. Eine trotzdem schöne Quest, man. Und Clouds, äh... Rachekampf geht natürlich noch weiter. So, jetzt müssen wir ganz wichtig schauen. Er hatte, glaube ich, 33 Punkte. Oder? Ob jetzt sehr gute Frühwille, einen Punkt mehr hat. Er hat jetzt 34 Punkte. Und er kann jetzt auf die nächste Stufe gehen. Und dann wird er zu einem XL-Mirage. Okay, die Frage ist, ob wir das machen, man. Ah, super. Ja, geil. Ich kann ihn natürlich schon wieder nicht entwickeln. Das ist schon wieder blöd. Egal, Leute. Bevor wir uns jetzt darum kümmern, machen wir erstmal einen kleinen Karten. Und beim nächsten Mal geht's weiter mit World of Final Fantasy. Bis dann, noch rein. Auf Wiedersehen. Ciao.